Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop-Video. Heute endet ja, ähm, enden hier die Herausforderungen für Fortnite-Mairs, beziehungsweise sie haben schon geendet, das heißt ihr könnt die nicht mehr erledigen. Ähm, damit ist jetzt auch, werden jetzt auch wahrscheinlich alle Halloween-Skins und so vorbei sein. Außer in Rettet die Welt, dort geht natürlich Fortnite-Mairs noch weit, weit weiter. Äh, noch bis 11.2, glaube ich, mindestens sind alle Challenges, also kommen immer jede Woche neue Challenges. Ich glaube, heute ist gar kein, ähm, Update angekündigt, aber ich weiß nicht, vielleicht kommt ja heute noch spontan ein Update, wenn, dann wäre es wahrscheinlich, sollte es so nur ein kleines und, ähm, ja, zur Zeit ist es ja so, es kommen so oder so keine neuen Waffen rein, dementsprechend ist es eigentlich auch relativ egal, ob ein Update kommt oder nicht. Ähm, ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Itemshop an. Wir haben heute den Rote Jade Skin drin, ist ein nicer Skin, kann man sich auf jeden Fall kaufen, finde ich ganz cool. Farben gefallen, Rot-Schwarz, schöne Kontraste. Dann als nächstes gibt's den Sandstorm Skin, hat drei verschiedene Stile, einmal mit Maske, ohne Maske und ohne Maske und Kapuze. Ich finde die Farben auch hier wieder ziemlich schön, äh, das Schwarz-Goldene, passt gut zusammen. 1.200 V-Bucks sind dafür auch vollkommen in Ordnung, dafür, dass man drei Stile bekommt. Dann gibt's die, äh, den Skin auch noch in männlich. Hier auch wieder selbiges, einmal mit Maske, ohne Maske und ohne Maske und Kapuze. Hier ist der Umhang noch mal ein bisschen länger, so, und, äh, nicht ganz viele goldene Sachen. Dafür sehen die eben halt auch dezent und schön aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann gibt's dazu noch die Emblem-Lackierung. Hat ein leicht, äh, ein leichter Animierung, wobei man die eigentlich relativ gut erkennen kann. Äh, mir gefallen die Farben hier aber nicht unbedingt ganz so. Was ich finde zum Beispiel bei der P9, die passt echt gut hier mit dem Goldschwarzen, äh, und dann hier den roten Aspekten. Aber eben halt, äh, passt es nicht so bei jeder Waffe. Äh, zum Beispiel hier sieht es auch eigentlich relativ cool aus. Da muss man mal gucken, die Lackierung passt auf jeden Fall nicht auf alles rauf. Dann gibt's hierzu noch die Kono, ähm, Kondensstreifen, bzw. Contrails. Äh, sehen ziemlich cool aus hier, wie der Sand da einfach rausrinnt aus diesen Uhren. Ähm, ja. Dann als nächstes haben wir den Krypto-Skin aus Season 9. Da war der ja das erste Mal drin. Hier hat das Backpack mit diesem Spektralwirbel, sieht ja eigentlich ziemlich nice aus. Der Skin an sich ist auch eigentlich ganz in Ordnung. Und dazu gibt's dann die Enigma-Lackierung, die finde ich tatsächlich ziemlich gut. Also die Animation kann man hier auch wieder, äh, ganz gut sehen. Und die Farben gefallen mir ja auch ziemlich, ziemlich gut. Äh, als nächstes haben wir die Gaunerin wieder drin. Finde ich irgendwie ein bisschen zu wenig für den Preis. Der Skin an sich, äh, würde ich definitiv eher als blauen Skin einstufen. Backpack vielleicht noch episch, aber, ähm, ja, der Preis wird hier irgendwie nicht ganz so gerechtfertigt, dafür, dass es eigentlich nur ein relativ klassischer Skin ist. Äh, dann haben wir Fluttervieh als, ähm, Gleiter. Für 800 V-Bucks immer ein ziemlich spezieller und ziemlich dumm aussehender Gleiter. Ähm, ja. Muss man immer gucken, ob man, äh, ob ihm so vielleicht auch mal ein witziger Skin oder witziger Gleiter gefällt. Dann kann man sich auf jeden Fall den kaufen, weil es solche, ähm, Gleitern immer, die, äh, mal wirklich etwas komplett anderes sind, eigentlich relativ selten gibt. Und ähnlicher Depp, auch ganz in Ordnung. Ähm, dann als nächstes die Kaugummi-Bomberin. Ähm, mit und ohne Visier. Die Farben gefallen mir persönlich nicht ganz gut. Gut, dementsprechend würde ich mir den Skin nicht kaufen. Auch das Backpack sagt mir persönlich jetzt nicht ganz so zu. Skin an sich ist aber trotzdem nicht schlecht. Als nächstes haben wir Glitter. Für 500 V-Bucks auf jeden Fall mit den ganzen Effekten ein sehr guter Emote. Also ein bisschen girlyhaft angelehnt. Ist aber trotzdem nicht schlecht. Kann man sich kaufen. Und dann haben wir noch Knacks als Emote. Ist auch ganz nice. 200 V-Bucks sind auf jeden Fall in Ordnung dafür. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Lass gerne mal ein Abo und ein Like da. Ähm, wenn ihr es dann natürlich noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Video. Ciao.